hallo ihr lieben so heute habe ich wie versprochen noch ein paar untersetzer die ich mit alkohol in farben gemacht habe und ich teste übrigens gerade neues mikrofon ich muss mal schauen ob das besser ist oder schlechter gerne ein kommentar was ihr denkt was bisher vorher oder jetzt schlechter oder besser ist und genau also ich hatte ja viele untersetzer mit namen gemacht und jetzt hatte ich dann noch lust auf alkohol in farben hatte ich jetzt lange nicht deswegen dachte ich mir nutze ich das ganze jetzt einfach mal die zeit wo ich jetzt wirklich mal ein bisschen mehr gemacht habe und hatte ja dann zum schluss die zweite schicht drüber gemacht über die namen drüber damit diese nicht abgehen und dann habe ich einfach neu noch mal losgelegt und ich hatte noch ein bisschen rest sowieso übrig und dadurch machte sich das dann ganz gut und wer alkohol in farben nicht kennt die haben meistens so ein das nennt sich glaube ich so petrischalen effekt unglaublich schöne möglichkeiten da effekte hin zu erzielen man braucht zu den alkohol in farben einfach unterschiedliche farben und auf jeden fall das weiß das weiß das macht diese effekte dann aus und dadurch hatte ich mich jetzt so ein bisschen so ein paar farben ausprobiert also jetzt gar keinen bestimmten sinn jetzt einfach auch dahinter gehabt sondern es war einfach erstens hatte ich noch einen rest und zweitens hatte ich einfach richtig richtig bock mal wieder drauf was alles zum epoxid hat dazu gehört ich glaube das brauche ich so nicht mehr zu erwähnen denn das habe ich jetzt gerade in dem video von der letzten woche nämlich erwähnt also wer da noch mal ein paar infos braucht bitte bitte da noch mal reinschauen ich freue mich natürlich auch wenn beide videos geschaut werden aber natürlich dementsprechend ja zuerst wird beim alkohol ink dann das normale klare harz reingefüllt und dann wird mit den alkohol ink farben tropfen rein gemacht und auf diese tropfen kommt das weiß ich nutze pinata die farben haben sich bei mir jetzt so bewährt was jetzt immer ganz unterschiedlich ist also überhaupt nicht zwingend es gibt auch andere firmen ich glaube octopus zum beispiel soll noch ganz gut sein ich weiß dass etta art auch ein paar hat von denen habe ich aber bisher noch nichts und da einfach mal gucken was für euch jetzt am besten passt ich bin jetzt niemand der jetzt extrem viel neu unbedingt kaufen muss deswegen also ich muss jetzt nicht jede firma haben um zu gucken sondern ich habe ja eben ich mache es als hobby und da dann so ein bisschen schauen dass sie dass ich da halt für mich einfach gut mit arbeiten kann ähnlich habe ich es mit epoxid hat ich nutze nicht jede firma ich nutze einfach das was ich habe und mit dem ich gut klar komme also wer da wirklich mehr extra experimentieren möchte der kann das gerne tun ist auch vollkommen in ordnung wie gesagt ich bin jetzt mit pinata erstmal ganz glücklich solange die farben auch nicht alle sind werde ich da auch jetzt nichts neues kaufen ich habe eine andere schwachstelle bei mir sind es die silikonform nur so am rand ich habe zwar auch viele farben das aber eher ist so ein bisschen entstanden weil ich bestimmte wünsche zum beispiel von meinen freunden oder so dann gerne berücksichtigen wollte und hab dann dementsprechend das ganze mir noch eine farbe dazu geholt was vielleicht dann besser passt also deswegen sind zwar ein paar farben mehr oder eben auch mal ein glitzer aber letztendlich ist es jetzt nicht bewusst weil ich es unbedingt haben möchte sondern einfach weil ich in dem moment gepasst hat ja und wie gesagt bei den alkoholigen farben das weiß nicht vergessen weil es einfach diesen bestimmten effekt macht ich zeige euch logischerweise wie immer auch die endergebnisse ich hoffe man kann es da sehr gut erkennen ich finde die ergebnisse sind diesmal weil ich viel mit klar harz gearbeitet habe und weniger jetzt irgendwie noch irgendetwas anderes oder auch weniger tropfen zum teil gemacht habe ist das sehr schlicht geworden was ich aber auch so so schön finde also wer da so ein bisschen zart erarbeitet der macht einfach ein paar tropfen weniger und dann sieht das ganze auch schön aus und ich habe es halt so ein bisschen das eine ist halt mehr so gelb orange so in die richtung dann haben wir noch einmal gelb grün und dementsprechend lasst euch da überraschen übrigens falls ihr euch wundert ich habe es wirklich diesmal in echtzeit gemacht und nicht in gefühlt dreimal so schnell weil ich es einfach ich hatte jetzt geschaut wie lang ist das ungefähr was ich jetzt habe und habe dann dementsprechend entschieden für fast zwölf minuten oder elf minuten ist das vollkommen okay und ich bin ja nicht so der fan von extrem langen videos ich habe zwar auch lange videos schon hochgeladen aber dementsprechend bin ich aber eigentlich eher so der fan von weiß ich nicht 10 bis 15 minuten ganz selten länger und versuche da einfach so ein bisschen für mich so ein gutes mittelmaß zu finden wie gesagt ich selber schaue lange videos nicht falls ihr gerne ganz lange videos auch gerne haben wollt vielleicht auch was ihr euch da gerne wünscht meldet euch dazu gerne in den kommentaren schreibt mir gerne rein ich versuche da immer so ein bisschen auch zu schauen die wünsche dann zu berücksichtigen oder wenn ihr zum beispiel noch bestimmte sachen gerne mal oder fragen habt schreibt mir die auch gerne rein ich versuche euch die selbstverständlich zu beantworten wenn ich das kann oder mache mich kundig oder ich teste das dann für euch nochmal aus ich habe jetzt noch eins in planung da muss ich aber noch schauen wie ich es umsetze also diejenige weiß das glaube ich dass sie gemeint ist und wie gesagt da muss ich noch schauen wie ich es umsetze aber ich bin dran ich habe es nicht vergessen und genau ansonsten hier wie gesagt sind die farben ich habe von marabu noch ein paar farben gehabt und wollte ursprünglich zuerst damit das ganze machen habe aber festgestellt dass die nicht so farbintensiv sind wie jetzt zum beispiel die von piñata die von marabu habe ich zum beispiel im set gekauft da geht es um das ach gott wie heißt das jetzt nochmal glaube jupo papier wo man die tropfen auf das papier macht und dann eben durch pusten zum beispiel das ganze in wunderschöne gebilde verzaubert und macht mega viel spaß also wer daran bock hat hatte ich auch schon zwei videos hochgeladen zu kann da gerne mal schauen ich lieb ich mache es halt nur zu wenig aber ich werde es bestimmt auch wieder machen und dafür nutze ich die farben eher als jetzt eben meine piñata farben und hat halt gedacht okay nehmen wir die marabu weil die hatte ich jetzt als erstes in hand aber gut sollte jetzt so nicht sein und dementsprechend habe ich dann noch meine anderen gesucht ja hatte tatsache auch überlegt gehabt ob es für ein ein zwei drei untersätze reicht es hat dann für drei gereicht wobei die relativ dünn geworden sind ich weiß noch nicht ob ich die eventuell noch mal mit einer schicht oben drüber mache oder vielleicht auch zum beispiel auch noch mal irgendwie ein namen oder irgendetwas drauf mache das muss ich aber noch mal schauen das wird sich zeigen und und aber erstmal wollte ich euch so das ergebnis zeigen damit zeit nicht verfälscht wird und ja also wer übrigens mein kanal noch nicht abonniert hat darf das gerne nachholen ich freue mich mega drauf einfach dass das schon ganz viele jetzt sind so viel habe ich glaube ich nie mit gerechnet dass da abonnenten zukommen und die kommen aus unterschiedlichen gründen habe ich festgestellt also die klicken bei unterschiedlichen videos auf abonnieren und mal ist es die musik mal sind es die shorts videos dann sind es die bastel videos ähm meine meerschweinchen wie gesagt viel ist auch wirklich die musik dazu gekommen was ich unglaublich schön finde weil das ist meine meine erste video gewesen ich überlege gerade ich glaube das war irische musik wo es ich damals als erstes hochgeladen habe und das waren so meine anfänge wo ich dann abends immer weggegangen bin ja hier seht ihr ich habe dort eben auch meine muster reingemacht weil ich mal schauen wollte was macht das wenn man jetzt nicht nur die tropfen rein macht sondern eben halt auch noch mal das ganze mit einem bestimmten muster versieht ich finde es okay aber hat jetzt für mich nicht den wow effekt wo ich jetzt sagen würde okay das funktioniert jetzt richtig mega aber ich werde es auch noch weiter ausprobieren gerade mit den mustern da gibt es ja so viele und oh gott so viel mit reden ist heute nicht nicht so wirklich da gibt es so viele möglichkeiten da jetzt das ganze noch mal auszuprobieren und ich glaube ich bin noch so am anfang und ja hier zeige ich euch meine ergebnisse wie gesagt ich mag sie sehr sie haben was sehr schlicht ist was sehr angenehm ist ich hoffe man kann es sehen aber ich hänge euch auch noch ein foto hinten dran wo man es vielleicht noch mal besser sehen kann und ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe ihr seid nächste woche dann auch wieder mit dabei und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen sonntag und hoffe ihr habt einen schönen tag und bis bald tschüss bis bald sch